Ich weiß nicht, was ich machen muss, aber wir müssen mit unseren Bogen, ähm, Alienviecher abzischen, bis die Fleisch fallen lassen. Ich hab nur nen Maschreide. Kurz vorhaben. Warte, komm her, ich hab... 14. Wo bist denn du? Bolette. Nein, ich sammle gerade hier Holz. Oh, jetzt bin ich gerade zu kommen, einfach zu deinem Schiff. Alter, Sanem, dein Schiff hat ja an der Seite voll den Klunker. Ja. Wie viel hat denn der gekostet? 2. Boah, nicht 3. Ich bin voll der Pimp. Äh, hast du Pimp mein Schiff gemacht? Alle haben so viel Holz, ich mach so Aus-Erodung der Wälder. Meiner Wälder, ma... By the way. Ja, das ist mein Planet. Sicher? Ja. Dann komm, ich halt zu dir, bist du links oder rechts? Okay, komm, wir machen Kiwis Planet ganz kaputt. Warum ist denn nicht auch Sand, dann wird er jetzt schon kaputt. Links oder rechts? Was ist das? Guck auf den Kompass. Seid ihr friendly? Ja, jetzt mach ich halt dick. Kaiju, was machst du hier? Ich hab dich so lange nicht mehr gesehen. Ach, Kalle ist auch dabei. Oh, scheiße, mir ist ganz kalt. Oh, scheiße. Schau die Taschen ab in die Hand. Kann mich nicht auf dein Schiff teleportieren. Oh nein, lass mich in Ruhe, Dieter. Dieter. Oh, hä? So, wir machen jetzt erst mal ein Drafting Table. Oh nein! Nein, kann man nicht machen. Kiwi. Ich hab so ein Problem. Du bist doch der Roboter. Ne, das ist Harlin. Ne, ich bin der Roboter. Wenn ich auf dein Bild gehe, steht da mein Name und da teleportiert mich zu meinem Schiff. Was? Du bist einfach ganz hoch, oder? Ne, wenn ich auf den Roboter gehe. Links klick, beam to ship und dann komm ich zu meinem. Das ist natürlich ein Mist, aber auch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber jetzt kommen wir einfach mal ganz kurz zu meinem Flaggschiff. Ja, das ist ein schönes, großes Universum, das wir haben. Hallo. Hallo. Was ist denn? Wolltest du Stein haben, oder was? Ja. Snow, Snow ist Kacke. Du kannst auch noch die Scheiße haben, wie noch Barüben. Snow, 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 Desert. Barüben. Aber es wird ein dunkler, ich brauche ihn nur Stein. So. Außer ein bisschen Stein. Wie mach ich denn diese Bandagen? Du brauchst einen Liebstuhl hier. Wir haben ja sogar noch eine andere Flotschleit. Dann mach ich mal weg. Aber mach dann gleich einen. Ich hab schon. Okay. Ja egal, ich bin ein eigener Schiff. Der sieht genau aus wie ein Terraria. Geil. Man, alter Stein abhauen ist richtig schön. Scheiße. So. Dauert das so lang? Boah, ich könnte mir ja jetzt voll die Rüstung machen. So, weil wir es einfach können. Stellen wir uns sowas jetzt einfach mal ins Raumschiff hinein. Kann man sich Hüte machen? Hm, quasi ja. Ich brauche den Gandalf Hut. Warte mal, wir bieten uns jetzt. Ja, ah ok. Ich hab's. Zu Peters Planeten. Bandartensonnen. So, jetzt möchte ich mal das Bandagieren. Hey. Renn doch nicht weg. Kann es sein, dass wir bei denselben Planeten haben? Peter, ist das dein Planet? Peter, wir haben ein und denselben Planeten. Kivi. Okay, ich geh auf Sahlems. Kivi. Ja? Gebe auf dein Raumschiff. Gebe auf dein Raumschiff. Ach, ey. Salem, ganz ehrlich. Was denn? Ich hab dir ein bisschen Stein gesammelt und dir's hingelegt. Ich soll nur unsere Freundschaft zeigen. Auf homoerotische Basis. Ne, jetzt auch. Salem ist der Vogel. Warum sind die Level 4? Was willst du Bodyslap machen? Ich hör dir die Fresse ein. Glurak, was machst du hier? Hier ist Glurak als Kokonil. Ihr merkt schon, hier gibt's auch jedes Pokémon. Da eine Dumanda-Livelle, die mit Pfeilen um sich ballert. Ich glaub, ich hab Atlantis gefunden. Nein, doch nicht. Darf ich nochmal diese Ranken hier mit? Guck mal her. So. Ähm. Was ist denn überhaupt die Quest? Ach so. Bisschen Schinkern holen. Bisschen Schinkern. Ah, hey Caillou, wie geht's dir? Ah, da sind mehrere Caillots aneinander. Warte, ich will gucken wie viele. Zwei. Hey, hey, übertreib nicht! Oh, hey, bleib mal ruhig. Wie heißt denn nochmal? Ich hab den Namen ganz vergessen. Glurak und so. Oh, da hinten ist doch irgendein fettes Vieh. Nein! Nein! Alter, das war so knapp, ey. Oh, ja. Wie das Headset zickt. Der Film macht's noch bei mir. Auf. So. Also. Wieder rein. Was denn rein? Der ist kurz aufs Herz und wieder rein. Ach so. Okay. Hallo? Ah, jetzt musst du ja da. Wach. Ihr glaubt denn, was das für Horrorquallen? Weißt du? Ich lauf nur mit meiner Klopapierrolle rum, die aussieht wie eine Bandage. Weil das doch hilft. Bleib doch mal stehen, du Arschloch. Ich möcht dich bandagieren. Bleib doch mal stehen! War richtig aggressiv, weißt du? Frag mich dann noch so, warum antworten die Linne? Die ganze Zeit, ey, sie war einfach im Arsch. Jetzt bleibt mal irgendeiner stehen. Weißt du, ich stehe da. Du kannst niemand bandagieren. Du musst das geben. Ach so. Das ist auch irgendwie komisch, weil das sieht aus, als ob du einfach was knoppelst. Weißt du, ich stehe, du stehst dann da auch noch so Kiwi, weißt du, ich sag, Kiwi, jetzt bleib mal ganz ruhig stehen. Dann. Dann da. Komplett. Ich hab dir dann sein Fett durchgesagt. Mann, ey, ich fiss. So. Hey. Hey. Bitte. Danke. Guck mir mein Röckchen an. Was bist'n du? Alter, das ist so hässlich, das hat ein Zahn. Ich hab's gesehen. Okay. Okay. Ich hab's mit einem Zahn getötet. Ja, soweit die Survivor V-Folge gesehen hat, ihr seht, es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Boah, du bist ja voll da. Mit niedrigem Niveau. Wie immer. Also, wenn du das warst, an meinem Raumschiff, dann will ich dir aber echt nur sagen... Ich war gar nichts bei deinem Raumschiff. Also, Pelja, dann warst du es. Du bist schon auf einem niedriges Niveau. Du bist schon auf einem niedriges Niveau. Du war ganz... Du hattest fünf Blöcke nebeneinander bei mir hingestellt. Der hat nicht mal ne richtige Form. Der kann sich nicht mehr so viel Mühe machen. Bimmeln! Okay. Du bist ja ein Anfänger. Na klar. Ja, jetzt haben wir auch mal hier ein bisschen Holz. Jetzt hab ich genug Steine, um in den Ofen zu machen. Ach so. Jetzt sind wir endlich auf meinem eigenen Planeten. Auf unseren Planeten. Wer? Oh ne, hier sind wieder so Pentagon-Viecher. Pentagon. Das sind die Pentagon-Viecher. Oh, die rennen mir hinterher. Lass mich doch mal... So, jetzt gibt's doch die Batze. Batze? Das sind vier, fünf Sachen. Vier, fünf Sachen. Geh weg. Warum sind das denn so viele? Hier war ich ja eben gerade schon. Hä? Ich komm gar nicht damit, was für Planeten... Ey, ich hab grad 20 Banda-Arten auf einmal gefressen. Das geht nicht, ne? Günther, übertreib nicht. Günther, lass das sein! Okay. Oh, scheiß das... Carolin, die Krähe! Brrr! Nein, lass mich wieder einen scheiß Frost bellen. Ich treff nicht. Ich hab nen Aiming wie ne... Klobrille. Klobrille tun wir dann so schlecht aimen. Ja. Ey, du scheiß Vieh, Mann! Mann, du scheiß Wasser, Benni! Ey, jetzt fack! Ich treff den nicht. Ja, jetzt dodgt der noch. Was springst du denn? Warum guck dir die ganze Hälfte nach oben? Er klickt seinen Hals bis nach Bagdad. Ähm, so. Mann, das ist mal ein bisschen schickter. Bisschen. Ein bisschen Piss. So. Fleisch! Oh, scheiße. So, ich wollt nur das Fleisch haben. Jetzt glaub ich will mit meinem Schwert. Vielleicht ist ja auch endlich mal hell. Oh, scheiße. Bombenangriff. Bombenangriff! Die kamen gerade von oben auf mich ran. Die kamen so Banzai gemacht. Jetzt lass doch in Ruhe, ey! Was willst du jetzt? Peter, kannst du mir mal ein paar Bandagen geben? Wenn du mich in der Höhle versuchen kommst. Ah. Komm in meine Höhle. Was denn für eine? Nein. Ne, ihr seid ja eigentlich ganz liebe. Ne, doch nicht. Die sind gar nicht liebe, die sind Arschgesicht da. Die haben die ganze geboxt. Ich wollt nur Fleisch von denen haben, also sie eigentlich töten und die haben mich geboxt. Also verständlich eigentlich, aber trotzdem. Ja, ich... Ich will hier den... Oh, scheiße. Okay, Kimi, du hast toll gemacht, dass du dich genommen hast, weil ich brenne jetzt. Jetzt eben. Alles klar. Na, das ist Salim Salah. Ach, Peter, ich hab' ich ganz kurz gesehen. Hey. Hey. Hier geht's nicht weiter, kannst rausgehen. Oh, warte, ich will hier ein bisschen Kohle mitnehmen. Da oben war auch noch Kupfer, das will ich auch noch rippen. Kupfer, so wie ich... Okay, ich bin tot. Du Mann, da hat mich umgebracht. Dann geh' ich über Moonwalk immer. Das war ich mich ja auch. Hey, das hab' ich am Anfang immer gemacht. Was überlegst du denn, mein Freund? So, ich mag mein Planet nicht, ich geh' jetzt... Ich geh' jetzt einfach aufs Farbensplaneten, da fühl' ich mich wohler. Auf zu schlagen? Oh, der... Der fliegt? Der fliegt, Peter! Peter, komm jetzt schnell, hey, hoch! Der fliegt! Der hat's gelernt zu schweben! Ich... Peter, der hat's gelernt! Hey, guck mal hier oben! Das Vieh! Warte, ich muss nur noch einen Kupfer bauen! Mann, jetzt lass' es Kupfer, guck' hier! Guck mal, der schwebt! Oh, du fette Sau! Lass' aber jetzt auf das Auto! Der lernt einfach mal zum Schweben, fliegt einfach mal ganz kurz. Was? Wie viele Bandaten hast du denn? 25. Nur 25? Nur, oder? Ja. 25. Mann, das ist wenig. Das ist voll cool. Welcher Planet war mit der, ähm, mit den Scheißpflanzen? Ähm, deiner. Ja. Was? Nein! Doch! Was? Achso, doch, das war meiner, okay. Okay, bei mir lecken grad die Monster richtig krass. Ja, ich hatte auch grad mal wie ein paar Lacks. Ja, da müsst ihr euch, ihr müsst ihr euch nicht wundern, ne? Ja, du mal deine Kupfer. 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 Ja, ich hoste, ich nehm auf, ich, ich mach alles. Ich mach alles. Ich hätt's ja auch gemacht, aber leider, weil's nicht, warum's bei mir nicht geht. Oh, scheiße, hilft mir, die voll mich gepupsen. Uuuuh! Nö. Der rippt die ganze Bonn-Shopft. Er sagt nicht die ganze Zeit Rippen am Ende, denken wie du wärst noch Zwiebel-Boy oder wie der heißt. Das hab ich mir halt so angewöhnt. Ich ripp dein Zahn. Mit der Schirr. Oh, oh. Oh. Was willst du denn? Hm? Was willst du? Alter. Was? Ich glaub, ich hab Krieg angezettelt. Die Bäume gehen so schnell, die gehen einfach rapsfass. Gibi, ich glaub, ich hab Krieg angezettelt. Aber extrem. Okay, doch nicht. Ich bin ein Assassine. Na? Wie geht's euch? Wollt ihr auf die Schnauze? Hier. Hamzt. Wenn jetzt die Wache kommt. Wache? Bist du böse? Wache! Achtet auf sein Leben. Bist du böse? Okay, das ist toll. Wir sind nicht auf meins. Hallo. Geht's euch gut hier? Ja. Oh. Ach, verkauft ein bisschen. Pineapples. Lecker. Ja. Lecker. Oh, hallo du alter. Und was verkaufst du? Oh, ein paar Klamotten. Das ist ja toll. Klasse. Was ist im Wandschrank? So langsam wird's echt knappi. Rampgang. Oh, ein Holzen. Was willst du? Was verfolgst du mich auch die ganze Zeit? Jetzt geht er weg. Ah, ich hab meine Waffe weggesteckt. Deswegen misst er mich jetzt nur die. Oh, Sau. Oh. Oh, ich kann mich hier hinsetzen. Also ganz ehrlich, ich... Das war nur ne Respektschelle. Das ist die tollste Funktion, seit eh und je, dass man schwimmen kann. Ja. In Terraria, ich bin so oft am Ertrinken. Erstorben. 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 Was ist denn jetzt? Warum ist denn da nie was drin, ey? Das sind voll die armen Wichser. Na, weil ich die schon ausgeplündert hab. Ach so, du bist hier durchgerast komplett. Ja. Du rast. Mann, ey. Weil der hat so eine extreme Axt. Bis der Notz Axt kommt. Ja, bis der Notz... Willst du? Du willst... Schelle. Scheiße. Jetzt will er mich rippen. Komm mir irgendwie so vor, als hätte ich heute voll wenig gesagt. Deswegen erzähl ich euch jetzt mal ne Geschichte. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Okay. Es war einmal ein hässlicher Blauenwarsch. Der war so hässlich. Bis Ende könnt ihr euch ja denken. Scheiße, Peter. Ich hab Scheiße gebaut. Oh Scheiße. Schnell in die... Oh Scheiße, mein Kopf hängt fest. Scheiße. Lass mich so reißen. Scheiße. Ich kann mir denken, was du gemacht hast. Ich hab in der Stadt... ...dem... ...die Scheiß-Gart-Arsch-Gesichter geschlagen. Da ist mir einer hinterher gerast. Dann hab ich aus Versehen ein Pokémon geschlagen. Das ist mir auch hinterher gerast. Aber ich bin aus der Schlinge rausgekauft. Ich brauch unbedingt nen Bogen. Kannst du die machen aus normalem Holz und so nem Zeug, was man für Bandlagen braucht. Oh hier ist so ein Baum, den ich die ganze Zeit gesucht hab. Oh ja. Ich habe es geschafft. Wir haben grad schon ein bisschen Holz für unser... Jetzt ist es im Ernst normaler Baum, ey. Ich will... Nur in so rot. Was machst du für unser Hut? Das ist ein Holzfarm. Ich brauch doch voll viel Holz, Alter. Ich hab 400. Ich hab grad ein Pferd gehört. Gibt's Pferde? Nein, Peter. Es gibt Pferd-Geräusche, aber meistens sind es irgendwelche Ratten. Genau. Das sind echt Ratten. So irgendwelche Viecher, die total hässlich sind. Wie Herr Seibert. Ebenbei bemerkt unser ehemaliger Geschichtelehrer. Der hat noch immer im Moment. Ja. Oder ist der nach den Ferien weg? Ja. Nach den Ferien ist er weg. Jawoll, Alter. Verpiss ich in deine Rentnerei. Rentnerei. Ja, hier wird Liebe verströmt. Was bist du? Was ist das? Dreckige Pisser. Mussten in den letzten zwei Wochen noch 50 Arbeiten schreiben. Warte mal. Ich hab eine Geschichte. Hier sind zwei schwarze Viecher mit roten Augen. Und die haben Eier auf den Rücken. Was sind die aus WoW, diese Bären? Nein. Die sind richtig hässlich. Seid ihr böse oder seid ihr einfach nur hässlich? Okay, die sind hässlich und böse. Jetzt kommt diese Adventure Musik. Oh fuck, hier ist ein Dino. Der hat einen Keilriemen auf dem Rücken. Charge heißt der. Nee, der heißt nicht Charge. Der heißt Charge. Das ist die Attacke, die er gemacht hat. Das heißt, ich bin gestorben. Mann! So, und da zum ersten Mal die wunderbare SimCity Musik. Wir müssen unbedingt. Auch wenn ich jetzt die SimCity Musik unterbreche. Also wir hatten jetzt vor uns, also ich und Salim, sprich GameCoin, hat vor sich Black Ops 2 zu holen zum PC. Was wir dann auch werden und daraus vielleicht auch eins, zwei Sachen machen könnten. Ja, warte erst ab, ob wir das aufnehmen können. Ah ja, wir haben halt nicht so Fusion-Technologie-Fakten. Wie, ja die. Ich weiß nicht, ob ihr seht wie Janoschka-Bam-Bam. Janoschka-Bam-Bam. Wollung hast du überhaupt rum? Ja, beim Spawn. Ich glaub grad noch ein bisschen Kobbel. 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 Scheiße. Ey, ich muss mal ganz kurz Disconnect mal. Irgendwie geht es hier nicht. Ich kann nicht auf Kiwi seinen Scheiß-Dings damit joinen. So eine Mist. Wer muss ich eigentlich neu joinen? Lade doch mal rein, du. Oh nein. Pikachu. Ey! Hör auf! Was ist... Nein! Ey. Ne. Jetzt sterben. Ey. Jetzt hab ich wieder zurück teleportiert und dann sterben. Jetzt ruft hier auch noch jemand an. Ähm. Wir machen das mal ganz kurz. Ähm. Wir machen mal ganz kurz einen Cut. Okay, wir machen einen Cut. Ich war eigentlich... So. Weiter geht es. Ähm. Immer diese nervigen Anrufer und dann wollen sie nicht mal was von mir und... Mein Gott. Ich glaub ich flieg gleich zu Zahlungsplaneten. Ich bin auch schon drauf. Aber die Monster... Hab die schon... Hast du schon deine Aufnahme wieder gestartet? Ja. Ich hab meine Aufnahme schon wieder gestartet. Ui. Ich hab meine noch nicht an. Scheiße. Ne. Das will ich mir jetzt nicht aufschreiben. Was willst du hier aufschreiben? Hast du es wieder an? Ja. Ich nehm schon wieder auf. Und zahlen? Mann. Lass mich doch mal Zeit, ey. Ach, wenn du wieder aufnimmst. Ja. Dann müssen wir nämlich auch begrüßen. Mann, ja. Oh ja. Ich bin auch immer und nein,